Allegra und herzlich willkommen in Skur Tarasen. Mein Name ist Hendrik Hauschel. Die Rhetische Bahn ist nicht nur bekannt für ihre roten Personenzüge, nein auch die Güterwagen werden immer wieder mit markanten Motiven versehen. Hinter mir sehen wir einen Schiebebandwagen von der Bündner Güterbahn. Heute möchte ich Ihnen das passende EGB-Modell mit der Artikelnummer 48573 vorstellen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020